Ich war zum ersten Mal bei der Autowäsche. Nicht nur in Deutschland, sondern in meinem ganzen Leben. Waschstraße. Eine Straße voller Waschsalon. Das ist eine Anlage für Autos, um wieder sauber zu fliegen. Eigentlich sagt man, wer sein Auto wirklich liebt, ist das völlig komisch. Aber wir sind ja pragmatisch. Wo wir waren, war das nicht 100% automatisch. Zuerst machen unsere Mitarbeiter eine Art Vorwäsche. Danach sind wir reingefallen. Oder, äh, reingezogen worden. Man muss nur von der Bremse und wird wie am Fließband reingezogen. Das Geräusch finde ich etwa meditativ. Hört mir zu. Das bunte Blinklicht erinnert mich an einem Freizeitpark, als würde ich auf eine Achterbahn setzen. Es hat bestimmt weniger als 10 Minuten gedauert. Aber es war gar nicht langweilig oder hat gar keine Angst gemacht. oder? Ach, wie fand ich... Das ist das zunig. Das war es nach meiner Arbeit, als habe ich noch nicht mehr gesehen, als wäre es nicht mehr gesehen. Von der Bremse ist, nach dem Bremse ist36. Von der Bremse ist Madisonus. Von der Bremse ist прогreif. Dessiert werden wir uns im Fernsehen. Auch wenn ich da mache. Vielen Dank.